Ich muss nun so langsam aber sicher meinen Bahnsteig fertig bekommen und habe beim letzten mal diese Bahnsteighütte, Kiosk, Pavillon, was auch immer schon versaut und den klebe ich heute einfach mal auf. So, jetzt möchte ich diese Verlängerung noch ansetzen, da sind aber keine Ansatzmöglichkeiten vorgesehen mit diesem Pistern hier, also muss ich es ankleben. Damit ich eine glatte Oberfläche erziele, mache ich das am besten hier drauf, creme das mal ordentlich ein. Patsch, zusammendrücken. Patsch, zusammendrücken. Nach der anderen Seite hin kann ich das nicht machen, da muss ich irgendetwas anderes ansetzen als Bahnsteig. Muss ich wohl selber basteln. Okay, jetzt geht es noch um Verzierungen auf dem Bahnsteig. Und da ist vor allen Dingen eine Färplankafel und eine Uhr dran. Uhr hatte ich beim letzten Mal schon probiert mit der Stange, das hat nicht hingehauen. Jetzt muss ich es nochmal probieren und die Uhr wieder hier rausprickeln. Okay. 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 So. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Uhr ist Pflicht, Fahrplan ist eigentlich auch Pflicht. Was habe ich denn an Sachen für den Fahrplan da? Dieses Teil hier. Okay. 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 So, dann nützt er gleich nochmal. Und jetzt muss ich den noch irgendwie auf den Bahnsteig stellen. Und dann... Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Denken wir auch jetzt noch. Ich finde, auf Bahnsteigen gibt es davon zu wenige. Am großen Original, wohlgemerkt. So, und der ganze Rest vom Schützenfest ist für meinen Geschmack jetzt erstmal überflüssig. Ach, noch eine Bank. Einiges davon ist auch eigentlich müllreif. Okay. 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 So, kann ich damit noch was anfangen? Nicht, dass wir abschneiden könnten. Thema vom nächsten Einsatz. Okay. 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 Okay.